wow richtig gut haha mit der treppe da schauen wir mal ob wir dann irgendwie noch kleine verlängerung hin machen oder ein tor oder irgendwas in dem loxlet ist noch ein baumstamm drin ich würde ihn gerade mal noch rausholen und drinnen in den halter rein tun wieso laufe ich dann dazu die treppe hoch kann mir das eine verwahrten wie wärs wenn wir diese türme nur weitermachen die plattform wäre auch eine idee ein direkt in die seemitte und eine nach links an die palisade und eine nach vorne ich versuche einen der seemitte zu platzieren was ich mein geht ja das geht sogar nicht mich wegschieben bitte jetzt muss ich nur gucken dass ich die höhe richtig hinkriegt das ist nicht ganz so einfach so von der höhe hoch so hoch ok so und die kräftigen drüben das problem ist nur wie kommen wir dahin zum bauen aber jetzt oder viel zu niedrig ich sehe das und die position hat auch nicht mehr gestimmt das problem ist ich sehe das halt nicht könnte so jetzt aber oder alter dann mach selber ich habe keine lust mehr ich gehe auch in baum fällen oder irgendwas das problem ist nur wenn der mitten im see ist dann wird es äußerst schwierig mit aufbauen weil war wenn wir es mal haben wo wir sind jetzt beschissen plattformen also wenn ihr jetzt beide baut und plant dann sehe ich ein chaos kommen ich gehe mal speichern würde ich euch würde ich euch auch empfehlen bei gelegenheit mal obwohl der forest stabiler läuft als base in sich das engineer seinerzeit soll ich gucken jetzt anders die beiden vögel dafür zopfen maxi start sinnlos in die luft machst du gut noch heute ja 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 ein bisschen weiter nach rechts fast noch noch einen kleinen schritt noch ein kleines bisschen mitten ins alter übertreibs nicht das sieht irgend das passt da irgendwie nicht hin und außerdem nehmen wir damit unser ganzes lager weg zu niedrig äh ich muss es mir von oben angucken ich glaube die die rotation stimmt nicht ganz patrick kannst du mal von oben gucken von der einen plattform aus ob das ding einigermaßen stimmt ja die steht nicht gerade die rotation stimmt nicht und ich glaube es sogar noch ne die höhe ist gut so und müsste vielleicht noch ein bisschen weiter in die mitte das ganze aber ansonsten die größe hat nicht gestimmt aber ansonsten war es gut ich geh mal noch bäume fällen entschuldigt mich wiii ich nehm mal den den loxlap noch mit wie der erstmal mitten in der luft hängt die 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 das stimmt ganz genau von mir aber das ist halt das falsche und erstens das und zweitens wollte ich gerade perfekt hinsetzen und dann macht er das ding jetzt rein kann ich den löschen das ding ist doch cool nein das ding ist einfach nur beschissen materialfressend wir können den außerhalb gerne bauen irgendwo ein bisschen wie lang braucht er diesen kleinen baum durchzuhauen das gibt es doch nicht weh da gibt nicht mindestens 20 baumstämme patrick guck ob das passt der ist schräg super der baum hat sich du bist du bist auch schräg der baum hat sich fest gehakt und fällt nicht um ok das ist wirklich schräg ok da gab einfach nur tausende von sticks aber keine baumstämme top spiel fick dich hat fast wie minecraft vorhin einen sehr hohen Frustfaktor minecraft vorhin war übel hey huu guckts euch an verdammt ja genau das hat man dann sehr oft gehört in dieser aufnahme wie kommt ihr zurecht patrick guck mal von der höhe oder ich guck mal von der höhe der ist schräg schade der ist wirklich schräg so lange nur ein bisschen schräg steht ist ok die Brücke hat eine kann gewisse Schräge noch überbrücken die die gerade stimmt aber ich glaube die Höhe ist zu niedrig würde ich sagen ja aber auch nur ein bisschen ey das sind wirklich nur ein paar Zentimeter ja lass dann machen wir den anderen Turm halt auch in der Höhe ist doch nicht so schlimm fang schon mal an zu bauen nein das muss perfekt sein weg mit ihm ich will das nicht jetzt ist es weg super jetzt bin ich extra hingelaufen das krieg ich besser hin warte ich trinke jetzt mein letzte soda naja das drittletzte wo sind die Baumstämme von dem Baum den ich gerade gefällt hab da gibt's doch nicht ach wie das ist Schep ey Schep Maxi das musst du übersetzen das ist kreichgaurisch das versteht kein Mensch nein jetzt hast du mein Zau weggelöchter Leute einer es kann immer nur einer bauen sonst geht's gnadenlos schief du tust jetzt schon ich hab den Dreh jetzt raus warte 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 lass mal Patrick machen mal sehen wenn er es nicht auf Anhieb schafft dann gibt er uns ne runde Bier aus will ich für oh wie versprechend aus zu niedrig ne geht sogar aber das Ding ist schief es wird dunkel ne lass das ist doch voll der scheiß nein das geht sogar ja das ist zu weit äh zu weit links ähhhh so also von hier aus soviel ich sehen kann sieht's nicht schlecht aus probier's jetzt guck mal kann ich eigentlich passt das so scheiße Johannes springt mal schnell hoch zu befehl guck mal was passt ja das sieht soweit gut aus warte mal ich muss mal vorne an die Plattform stehen ja das ist gut das ist super er könnte zwar noch ein bisschen weiter von mir aus nach rechts aber lass ihn stehen der ist gut lass ihn stehen lass ihn stehen ach gibt eh keinen Fallschaden ich hab da drüben den Lockslet geparkt so mal sehen ob wir da ja man kommt ran es geht es geht es geht es geht und es wird dunkel ja ich geh mal raus mach meine Feuer wieder an geht auf eure Posten Männer der Gegner kommt demnächst irgendwann wir haben 6 von 19 scharf gemacht oh cool da kann man Steine reinlegen Patrick gehen wir noch in den Baum fällen besuch soviel zu dem Thema Eier brennt Ha sehr schön also wirklich pass auf deine Sprache watch your language oh ein brennendes Fanal den sieht man aber echt gut warum da ist noch einer unterwegs mit einer Taschenlampe hey die Fische überleben sogar wenn sie anfangen zu branden das kann es nicht sein jaaa doch wir könnten auch einfach reinkommen und bis zum Tagesanbruch warten dann sind sie nämlich weg na schnucki so auf die Fresse ja zwar du kriegst gerade auf die Fresse da egal ich kriegste noch oh verdammt ich bin tot ich komme runter hab dich ja ja danke hey bitch hinter dir interessiert mich doch nicht Achtung joo jetzt weißt du wie es mir vorhin ging ich hab dich nein jetzt hab ich dich so hier da liegen Medikamente die würde ich jetzt einfach mal aufsammeln ach du ja guck mal Leute damit kriegt unser Let's Play tausend klicks titeln ich wollte eigentlich noch einen Baum fällen gehen soviel zu dem Thema es hockt mal ausnahmsweise keiner im Lager ich bin begeistert die Palisade scheint ihren Dienst zu tun so was haben wir denn noch zu tun nein es knurrt doch schon wieder irgendwas ja Molotow Freak der sich grad selbst in Brand gesteckt hat ach komm jetzt kann ich blocken jetzt kann ich blocken ach der ist ja ich bin packt da hat sich einer aufgehängt aber er steht wieder auf das hält dir anscheinend nur temporär fest einer ist in die Trap gelaufen ok bei mir ruckelt das so dermaßen dass ich eigentlich aufhören müsste mich mit denen zu schlägern der Rechner kommt nämlich nicht ganz hin damit das ganze zu koordinieren ach komm ja komm steck mich halt im Brand du Arschgeige durch die Tür hör auf zu schreien ist doch nur ein bisschen Feuer ja ich komm ich komm ich komm hör mal für ne Aufnahmepause ja ich hab dich geh rein Leute wir ziehen uns zurück das ist die beste Lösung die es im Moment gibt alle rein alle rein alle rein alle speichern und dann verabschieden wir uns noch ja 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 jetzt bin ich mal gespannt sie kommen mal nicht rein das ist doch mal was so dann speichere ich jetzt noch schnell so dann darf Maxi noch kurz wenn er speichern ich hab eigentlich schon ich hab nicht ah man ich ess noch kurz was das ja gut ja mach das essen hätte ich eigentlich auch können aber was solls mach doch ja der musste ich ja nochmal speichern das lohnt sich nicht gut hab gespeichert gut dann vielen dank fürs zuschauen und äh bis zum nächsten mal also dann tschau tschüss tschüss